12. Während über Cordwell die Sonne aufging, schaltete die Dämonin Devina den Luxusherd ab, nahm die Edelstahlpfanne von der Kochplatte und stellte sie auf die Arbeitsfläche. Der Teller, den sie ausgewählt hatte, war quadratisch und weiß, und die beiden Fleischstücke, die sie mit einer Küchenzange aus Edelstahl darauf anrichtete, waren in etwas gutem Olivenöl, außen knusprig gebraten und innen auf den Punkt gegart. Es brauchte nur noch eine Prise Pfeffer und Salz. Ein einfaches Essen, perfekt zubereitet, um Längen besser als jedes Gourmetmenü, über das der Kellner erst mal eine Viertelstunde lang schwadronieren musste. Und für das der Gast ein Französisch-Lexikon brauchte, um zu verstehen, was er genau da serviert bekam. Sie griff nach ihrem Weinglas, brachte den Teller an den Tisch und entschied sich für den Stuhl mit Blick Richtung Wohnraum, von wo aus sie all ihre Besitztümer im Auge hatte. Das war ihr privates Reich, ihre weitläufige Höhle, wenn man es so wollte. Im Keller eines älteren Bürogebäudes in der Innenstadt. Streng genommen waren es einer von etwa einem Dutzend Lagerräume, die normalerweise für Gähn, Sammlungen von Aktenordnern und Kisten voller Unterlagen verwendet wurden. Zusätzlicher Stauraum für die Unternehmen, die die darüberliegenden Stockwerke einnahmen. Ihr Abteil jedoch war etwas anderes. Und nicht nur, weil sie den Raum und seinen Inhalt Kraft ihrer Gedanken tarnen konnte. Statt mit lästigem Papierkram und alten Festplatten oder was auch immer in den Lagereinheiten aufbewahrt wurde, war ihre nur mit den schönsten Dingen gefüllt. Sie griff nach Messer und Gabel, natürlich von Christoffel und aus reinstem Stirlingsilber, schnitt ein Stück von dem Fleisch ab und steckte sich den Bissen in den Mund. Mist! Es war zäh! Der beste Beweis dafür, dass die Optik nicht der alleinige Maßstab für gute Qualität und den Wert von etwas war. Mit missmutiger Miene schluckte sie den Happen runter, griff nach ihrem Sauvignon Blanc und nahm einen tiefen Schluck aus ihrem Kristallglas mit dem feinen Rand. Die meisten hätten sich zu dunklem Fleisch vermutlich einen roten eingeschenkt. Doch der war ihr zu schwer. Verdammt! Und wie sie dieses Essen hasste! Es war wie Medizin. Widerlich im Geschmack, aber es musste nun mal sein, wenn man eine bestimmte Wirkung erzielen wollte. Und die sollte mal besser eintreten, sonst verschwendete sie hier nur ihre Zeit. Um sich von dem Vertrauten Unwohlsein abzulenken, das sich wieder einmal einschlich, blickte sie stolz auf ihre beeindruckende Haute-Couture-Sammlung, die sie im Laufe der Jahrzehnte zusammengetragen hatte. Viele Teile waren Originalteile aus den Siebzigern, Achtzigern und Neunzigern. Andere hatte sie in jüngerer Zeit in High-End-Vintage-Läden ergattert. Und einiges war brandneu. Erstanden in der Fifth Avenue, am Rodeo Drive oder auf der Worth Avenue. Sie besaß eine ganze Reihe von Meisterstücken. Gucci, Escada, Chanel, Armani, La Crosse, McQueen, McCartney. Hätte sie einen anderen Geschmack gehabt, wären vermutlich auch Kreationen von Mainbrocher und Joywanchi darunter gewesen. Aber der Anblick von Audrey Hepburn hatte bei ihr immer schon Brechreiz ausgelöst. Und dann waren da noch Unmengen an Accessoires. Sie hatte schon mal Nullos getragen, bevor Carrie, scheiß Bradshaw, die Bühne betrat. Und die Sohlen ihrer Stilettos waren rot gewesen, lange bevor der gemeine Pöbel sein Herz für Louboutins entdeckte. Und das lag nicht an dem von ihr eigenhändig vergossenen Blut, durch das sie in den Schuhen gestöckelt war. Aber zurück zum prächtigen Inhalt ihrer Garderobe. Natürlich lag der Spaß zum Teil auch darin, dass sie die Stücke regelrecht ausstellte. Sämtliche Röcke und Kleider und Blusen und Hosen hingen gesondert auf zahlreichen Kleiderstangen. Es gab Bereiche eigens für Einzelteile, sowie Stände, an denen komplette Outfits nach Designern sortiert hingen. Ein Tisch war ausschließlich ihrer Birking-Bags vorbehalten. Und auf mehreren Regalbrettern reihten sich ihre Chanel-Modelle aneinander. Allerdings war die Anordnung nicht fix. In regelmäßigen Abständen arrangierte sie die Stücke neu. Manchmal in chronologischer Reihenfolge nach Jahrzehnten. Manchmal nach Farben. Einmal hatte sie versucht, die Sachen nach Wert zu ordnen. Aber das hatte sich als schlicht unmöglich entpuppt. An den älteren Kleidungsstücken hingen teils noch Preisschilder mit Beträgen, die heutzutage Peanuts waren. Dabei waren sie angesichts ihres Alters und ihrer Seltenheit inzwischen nahezu unbezahlbar. »Iss weiter«, ermahnte sie sich. Als sie den letzten Rest von dem größeren Stück runterwirkte, strich ihr Blick zärtlich über die opulente Vielfalt vor ihren Augen. Feine Seide und zarte Spitze, Kaschmierstoffe und Pelze, Handtaschen, Schuhe, Lingerie-Sets in allen erdenklichen Farben und Strukturen. Unzählige Möglichkeiten, um die eigene Persönlichkeit optimal in Szene zu setzen. Diese Sammlung war für sie ein ständiger Quell der Befriedigung und des Glücks. Jedes Einzelteil wie ein Kind, das sie adoptiert und in ihr liebevolles Heim geholt hatte. Egal, ob sie etwas gestohlen oder den vollständigen Ladenpreis bezahlt hatte. Ob sie es einer Leiche abgenommen oder es sich für sich selbst als Geschenk hatte einpacken lassen. Wichtig war ihr, dass sie es besaß. Denn jedes einzelne Stück, in das sie ihren wohlgeformten Körper hüllte, unterstrich ihre Schönheit nicht nur, sondern steigerte sie um ein Tausendfaches. Ihre Kleidung war der Heiligenschein, den sie aufgrund ihrer dämonischen Natur niemals besitzen würde. Aber verdammt! Warum sollte jemand, der Böses wirkte, nicht gleichzeitig blendend aussehen? Und doch? Obwohl das edle Silberbesteck leise auf dem feinen Porzellan klirrte, herrschte um sie herum eine so tiefe Stille, dass sie es unwillkürlich an das eigene Dilemma erinnerte. Denn all diese modischen Meisterwerke, die sie erdeten, ihren Jagdtrieb befriedigten, waren ein nettes Hobby, das in ihrem Leben für Aufregung sorgte. Doch letzten Endes konnten sie sie nicht zärtlich berühren, sie nicht festhalten, weder mit ihnen lachen noch mit ihnen weinen. Sie war allein in einem überfüllten Zimmer. Frustriert schob sie den Teller von sich, lehnte sich mit ihrem Glas Wein in der Hand zurück und ließ die klare Flüssigkeit kreisen. Ein paar Feverbohnen, dazu ein ausgezeichneter Chianti, dachte sie, während sie die goldgelbe Farbe betrachtete. Wie gewöhnlich! Andererseits galten menschliche Organe wohl kaum als Delikatesse. Aber was noch schlimmer war, sie beschlich allmählich der Verdacht, dass es nicht funktionierte. Denn sie nahm diese Innereien nicht aus gesundheitlichen Gründen zu sich. verflucht! Zumindest nicht ihrer körperlichen Gesundheit wegen. Es musste eine Möglichkeit geben, die Liebe zu finden. Die Liebe, wie sie zwischen den vielen glücklichen Paaren da draußen existierte. Die Liebe, die jeden auf diesem verdammten Planeten, abgesehen von ihr, früher oder später zu finden schien. Nur weil sie eine Dämonin war, hieß das noch nicht, dass sie nicht auch Gefühle hatte, nicht auch den Wunsch verspürte, als ein Wesen von Wert gesehen zu werden. Als etwas Besonderes, als bedeutsam für jemanden, den sie selbst als wichtig, besonders und bedeutsam betrachtete. Sie musste an ihre einzig wahre Liebe denken. Jim Heron. Sie hatte nur ein einziges Mal versucht, seine Freundin zu töten. Na schön, vielleicht auch öfter. Aber wie er ihr diese graue Maus hatte vorziehen können, war ihr bis heute unerklärlich. Wobei, gewisse Zweifel hatte sie schon, ob sie zu einer richtigen Beziehung überhaupt in der Lage war. Lustlos stocherte sie in dem zweiten Herzmuskel auf ihrem Teller rum. Wie lange ging das jetzt schon, dass sie hoffte, ihr Glück über den Verdauungstrakt zu finden. Allmählich verlor sie die Geduld, und die Tabletten gegen Sodbrennen gingen ihr auch langsam aus. Von einer Woge des Frustes gepackt, ließ sie den Blick durch ihr kleines Reich schweifen. Sie hätte nicht sagen können, wann ihr der Gedanke kam. Jedenfalls stand sie auf und ging zu dem Tisch mit den Birkings. Die Hermes Handtaschen waren auf einem hübschen, antiken Schreibtisch ausgestellt. Den hatte sie einem französischen Grafen abgeluchst, mit dem sie ein kleines Techtelmechtel hatte. Zwei Wochen lang hatte sie ihren Spaß mit ihm gehabt, bis er am Ende mit herausquellendem Gedärm an einem Eisenzaun gehangen hatte. Aber mit so unschönen Erinnerungen wollte sie sich nicht aufhalten. Außerdem hatte die Sache für sie ein gutes Ende gefunden. Sie war zu etwas Größerem, Besserem übergegangen. Genauer gesagt zu einem Hofschmied, der ungefähr so gut bestückt war, wie die Schlachtrösser, die er beschlug. Mit ihm hatte sie sich wirklich außerordentlich vergnügt. Aber auch das war nichts Dauerhaftes gewesen. Stichwort extrem haariger Rücken. Womit nicht diese Wesen mit Fell und Sattel aus der Gattung der Huftiere gemeint waren. Und genau da lag der Hund begraben. Tatsächlich hatte keine von diesen Beziehungen gehalten. Nicht mal die mit Jim Hirom. Weil er von Anfang an nicht ihr gehört hatte. verdammt, sie wurde auch nicht jünger, aber zumindest auch nicht älter. Hallo! Sie war unsterblich. Die teuerste Handtasche in ihrem Besitz war das Kultmodell Himalayaniloticus Crocodile Birking 35 mit diamantverzierten Beschlägen. Das weißgraue Prachtstück war der Stolz ihrer Sammlung und hatte einen Ehrenpreis auf einem antiken Nachtkästchen mit Intarsien und zwei Schubladen. Denn mal ehrlich, so ein exquisites Exemplar hatte ein entsprechendes Podest verdient. Während sie nun vor der Tasche stand, nahm sie sich einen Moment Zeit, um das typische Schuppenmuster sowie den Farbverlauf von dunkel nach hell und wieder zu dunkel zu betrachten. Die bräunliche Tönung am äußeren Rand im perfekten Kontrast zum cremeweißen Mittelteil. Atemberaubend schön! Und trotzdem handelte es sich nicht um ihr wertvollstes Stück. Auch wenn die Tasche auf dem Gebrauchtmarkt Preise von bis zu 400.000 Dollar erzielte. Schließlich handelte es sich um ein Modell von 35 Zentimetern Breite mit Beschlägen und Füßchen aus Weißgold und Diamantbesatz. Zumindest in der Luxusausführung, die sie besaß. Sie zog die oberste Schublade des Nachttischchens auf. Mit einem quälenden Gefühl der Niederlage streckte sie ihre Hand hinein. Ein bisschen war sie wie diese Typen, die sich strikt weigerten, zu technischen Geräten die Gebrauchsanweisung zu lesen oder nach dem Weg zu fragen, wenn sie die Orientierung verloren hatten. Dass sie sich also jetzt Hilfe holen wollte, war... Devina runzelte die Stirn, beugte sich ein Stück vor, tastete in der Schublade herum, in der gähnende Leere herrschte. Sie stieß einen wütenden Fluch aus und riss das Ding komplett heraus. Es war wirklich nichts drin. Sie drehte sie sogar um und schüttelte sie, obwohl ihre Augen eigentlich bestens funktionierten. Als könnte das, was sie darin erwartet hatte, irgendwo feststecken. Aber nein! Das Buch war weg! Panisch riss sie die Schublade darunter auf. Vielleicht hatte sie es irrtümlicherweise da hinein gesteckt. Doch die war ebenfalls leer. Und auch in den Schubladen des antiken Schreibtischs fand sich kein Buch. Die seidenen Strings und BHs darin hatten jedenfalls keine Ähnlichkeit mit dem fleischfarbenen Wälzer, den sie suchte. Mit zitternden Händen fing sie an, sämtliche anderen Schubladen und Staumöglichkeiten zu durchsuchen. Die Regalfächer beim Bettpodest, die Küchenschränke, die Möbel im Nassbereich. Wo zur Hölle ist mein Buch? brüllte sie in die Stille des Lofts hinein. Und da fiel es ihr siedentheiß ein. Sie wirbelte rum und fixierte den metallenen Käfig mit der Wasserschüssel und der Schlafpritsche. Das verdammte Ding war leer, weil diese dämliche männliche Jungfrau, die sie darin eingekerkert hatte, geflohen war. Du hinterhältiger Hurensohn, fauchte sie, als sie darauf zuging. Natürlich war es ihre Schuld. Sie hatte ihn offensichtlich unterschätzt, vermutlich, weil sie ihn im Grunde gar nicht gebraucht hatte. Diese Entführung war eher ein innerer Zwang gewesen, als dass die Umstände es erfordert hätten. Eine alte Gewohnheit, sonst nichts. Jetzt, da ihr Spiegel zerstört war, brauchte sie sich nicht mehr so, um ihre Privatsphäre zu sorgen. Doch sie war einsam gewesen. Du mieser, kleiner Scheißkerl, stieß sie vor und starrte auf den Käfig. Hast du mein Buch mitgenommen? Er war der Einzige, der hier gewesen war, seit sie es das letzte Mal gesehen hatte. Dieses beschissene Arschloch musste beobachtet haben, wie sie an diesem Morgen durch die Seiten geblättert hatte. Der Wiener wandte sich ab und trat noch einmal zu dem antiken Nachtkästchen, das jetzt ohne Schubladen dastand. Es gab natürlich noch eine andere Erklärung, eine, die eigentlich unvorstellbar war. Deshalb verwarf sie den Gedanken rasch wieder. Das Buch liebte sie. Es hatte sie nie aus freien Stücken verlassen. Nein, diese miese Kröte hatte ihr Buch gestohlen. Sie musste es wieder haben. Liebes Zauber hin oder her. Schließlich gehörte es ihr. Und niemandem war Besitz so wichtig wie ihr. war. Und